Die Geschichte wird von der Vertallenwelt von einem kleinen Jona. Jona, der hat all monatelang immer ohne Sinn und ging an seine Schrauben, an der Schmied. Du schaffst jeder Sinn und wenn es an einem Weg ist, dann musst du nur in der Schule gehen, in meinem Papa halten, wenn es fehlt. Obwohl Sinn und dann können sie ohne Sinn spielte ich spielen. Die Geschichte wird von der Schule gehen, an der Schule gehen, an der Schule gehen, an der Schule gehen, an der Schule gehen. Jetzt wird sie messen, aber jetzt wird es so weit vorig, jetzt fehlt es bloß noch diese Säge zu machen. Dort wandert ein Wut, dort schwammt, dort wird dann den Wind anpüßt und dann kann der Säufer schwamm. Aber er kann nicht allein, dann fragt er seine Mama, aus der Arm wird halten. Und die Mama sagt, oh ja, soll ich heim in den Halbarm, dass sie den Säufer schmack können vorig machen. Und er sagt, es ist vorig, wie er, dann jenkt er gleich 14 Uhr, dort wie am Tischhut. Und er will erst noch ein bisschen besäunen, das ganz nötig sein wird. Na jenkt er Tüßbäne, sah er dort diese Schmack auf dem Tisch, wo die Liede sind in ihre Jast, wo die Nern kommen, und dort alle würden sagen, was er hat können, mehr an der Schule gehen, dass dort nicht Schmack in Sägelbaut, dort wie ein Fan. Und er freut sich auch, wenn er Liede sich, wenn er Liede bewundert, dann leider sieht er mit Brü, was er hat können, mehr an. Und ein Tag ist er zu fern, stell wie er, dann geht er, sagt er zu Mama, nun will ich den Schäufer mitnehmen, und dann will ich dich bei uns weiter, weil du bei den Riefen gehst, und dann will ich den Wutern nennen, und dann wägt er durch den Schwamm. Mama wird er durch den Daunt. Und er wird so schaftig. Er fängt an, hat den Strang, so eine Hand in der Funke untertragen, und der Wind schafft er durch ein bisschen so, und er passt so, ja, ab dort nicht, wo der Weichschwamm. Und er wird so vertieft, nun will er über den Humpel gehen, wo er nicht so strickig wird, wo er nicht so viel Blatt wird, wo er fern kann gehen, in der Zahn, und dann wird er den Strang wieder losgeladen. Er hielt er nicht, dort hängt er an, nach was Junges heim, ab einmal hörst du dich, erst dann bist du an, drei Junges sein, »Jung, wo bist du hier?« Ich verwirrt sich. Ich habe mein Schatt hier, dort geht es hier, auch ein Spiel mit mir dort. Der kleinste von den drei Junges kam, und dann sagte er, »Lass mich auf mein Bett, darf mich auf mein Bett.« Ich kippe so, »Junges, wo ich nicht kann, ich nehme dort seinen Sohn fort wieder.« Der Jung, der kämte ein Tag an, dort üte Hunde rüht, und sagte Juna noch, »Uber du bloß ein kleines Bäschen, ich habe mir dort vertreibt.« Und dann kämte er und der Jung, schubst ihm so um den Regen, fällt dir, »Du magst du Späckers, du magst das Blatt, krächst du mit das Gesicht, du ab in den Händen, und du wirst seine Jungen ganz voll, sie sind gesächt wie mit Krüten, alles wie so, du kannst hier gar nicht geschätzt sein, was er schon abgestoßen, wie er braucht, was er einmal kann, bitte die Jungen aufmerken, da hängt er, du baut den Wut an, waschst du, bitte, da hängt er, und dann hängt er, du über den Humpel, und willst hängen, wo sind die Jungen geblieben, mein Scherb ist weg, nicht mein Scherb ist weg, wo ist es dort, er kann nicht sein, das wird weg, er sagt, du hast einen Fung unter Ruhe, mein Scherb, ich habe hier gemüt, nicht das weg, und er ruht, dann denkt er immer so, das hält dir nicht, wenn ich hier sein, ich will Mama dort gut sein, Papa ist auf der Arbeit, was er tut, er sagt, er vertelt Mama, ich muss so ruhen, dort sehen, schmacket, schäbt, ich weiß es, und dann kommt Papa in die Hüse, und vertelt der Papa dort, der rand, der fußt, und vor dich nennen, und vor alle wehen, und dort darf rum, und fragt, habe ich wo drei Freunde, die Jungen gesäuhen? Keiner wisst, keiner hat schon gesäuhen, wo sind die geblieben, von wo kommen die, wer wird dort? Keiner wisst, und dann kommt der Papa in die Hüse, und sagt er, Jona, ich konnte die Jungen nicht finden, ich weiß nicht, wo das Schäuhen ist, was werden wir denn, sag ich Jona, was werden wir denn tun? Na, wo können sie denn, nichts? Und dann sagt Papa, Jona, sieh nicht so trüe dich, ich will die halten, na, wo wir noch nicht machen, sag ich Jona, Papa, dort ist nichts, was ich dort gemerkt habe, das hat er ganz allein gemerkt, aber sagt Papa, dann habe ich mit Buse, vor dich, dann hast du eine Eind, aber hier Leute sich beraten, und dort will ich, selbst wenn er dort Salz gemerkt hat, hier können, die müssen nicht umgassieren, dort will nicht herauf, er muss auch an sich, ob sie denken, und dann muss er rein, und er will aber nicht, und er sagt, ich will nicht mehr essen, er will an seine Stufen gehen, er ging an seine Stufen, und er will schlafen, aber er dachte, bloß, wo ist mein Schäuhen, wo sind die Jungen geblieben? Dort ist überschleicht, da haben sie gestohlen, so matt wie nicht, da sind nicht verstanden, und er warst, hier schlappt er, so vergehen er ein Tag, noch ein Tag, mehr ein Tag, und er kommt der Tag, seine Mama auf den Geburtstag, und da will er nicht bloß trüeig sein, dann nimmt er sein Bicycle, nimmt sein Geld, wird er heute gespürt, fährt er in den Stufen, hier will seine Mama, wird heute mit dem Geburtstag, und hier fährt er in den Raum, von einer Stunde, und er checkt, endlich, hat er ein Wort gefangen, was seine Mama, wird so ein Gleiches, und er betont hat, und er hat eine Lischung, und er fährt am weichen Haus, wie denkt er, er wird ein bisschen unterweichen, da er nicht so weit auf ist, da er nicht so weit auf ist, da er nicht ganz so lange, was er in den Haus ist. Und so fort, er hat er viele Stücke, das ein Stücke, und das andere, und da sind seine Schweine, und er hat so stoffig an der Stärke, wenn er durchkommt, bei den Fenstern, dann denkt er, also diese Lieder passen, nicht so sehr ab, du, wenn er nicht bei den Grauten gossen, da ist durch, das hat so eine Rene, Schmack, Sachen, und er fährt wieder, das hat mehr, es kriegt die Gosse, und er fährt wieder, von einer steht, oder andere, von einer steht, als er durchschraubt, und er fährt, sieht er dort, hm, du hast noch einen Stücke, da hast du eine Schwinde, rüten, er ist über eine ähnliche Tour, das ist über so sehr stoffig, steht er dort und schaut, und sieht er dort, du Hänger, du ist mein Schäbte, und er fährt in der Stücke, und dann sagt er, hey, Onkel, dort schäbte du das, schäbte mich dort, der Onkel, schäbte den Jungs so an, für was hat er denn den Jungen, schäbte ich eben, aber nicht versäunt, dort schäbte ich, sagt der Onkel, nee, dort schäbte ich, ich habe gemerkt, ach nee, wo glaubst du doch, jo, da habe ich dort, weich gestohlen, ich habe gemerkt, nee, sagt der Onkel, ich habe gemerkt, wenn du dort was hast, dann musst du mir dort Geld geben, was ich gebt habe, und ba, ach, ich habe alles Geld, was ich gebt, ich hatte meine Mami, ich habe nicht Geld, na, könnte ich nicht halten, das meint, oh, aber Jonah ist so tröerig, dort ist es gesehen, nicht, dort hat ich heute gemerkt, und wenn du das hältst, dann bin ich, guckt dann, oder Klack, das Messer, Klack saß, merkte, das stört, habe ich am Bicycle, nach einem Furt, in der Hüse, rannt, und sagt, Mami, euer, habe ich Mami, alles verteilt, auf dem Papen, in der Hüse, in der Hüse, und habe ich ran, vorzureht, und sagt, Pavel, Pavel, leh mir mal Schwindjeld, ach Jun, wacht du doch, Jun, na, was hast du doch, leh mir Schwindjeld, na, von wot hast du doch betonen, leh mir bloß, ich war alles tun, wot du was haben, ich war groß aufschneiden, ich war Furtieren in Wurschen, ich war das Haufhaken, alles wot du das, blusschwindschwind, na, wot hast du los, na, ich habe mein Schäfte gefangen, ob der Papa wisst, heute können nicht viel länger warten, der Jona, wie so busig, und dann, sag ich da, ran, wenn du nur, ko, wie vorhin, dann brauchst du nicht ein Bicycle nehmen, dann geht das noch länger, dann sag ich mir, bloß, wo du das, ob der Jona auch bloß, fußt eine Koa, nenn, und dann, wie in sie war ich, und das geht nicht lang, da halten sie, du, wie das Sturmäßkrigssteil, ob er eurer Gonssteil hält, hopst, Jona, ütter Koa Rut, und dann, ran, barte dir, und der Onkel, wollte ruts, tausluten, und bei Schaufsvinden, sagte, ich will mein Schäfte, und dann, hörde ich da, und dann, ging ich, und dann, sie dir, ich habe mir, das Schäfte, und dann, sagte Onkel, no, ich habe noch kein Geld, und dann, kamte Papinen, und dann, vertalte sie, du, und dann, und dann, die Papa, der Geld, und dann, die Onkel, Jona, der Schäfte, hoi namt, dort, in drei, dort, und sich, nu, haft, sie, das Schäfte, träge, dort, wo er so, wo ich, heim, und dann, ging es, in die Koen, und, wo sie, nicht viel, hoi, bekäckte sich, dort, von alle, Arten, dort, es, vorige, wie, bread, guack, Schmack, krass das Heirat gemerkt hat, in Heu freut sich so säuer und dort Heuat reich hat, aber das Heu sieht nicht viel, was sich meist krass fühlt, dann auf einmal sieht, hey, Papa, ist das nicht so? Nun habe ich das nicht zweimal gemeint, nicht? Ja, sagt der Papa, dort erst, nie erst dort zweimal dient. Und dann sagt der Papa, Jona, weißt du dort auch, wo Jesus für uns getan hat? Jesus, du möchtest uns? Und dann schaumt der Satan, und der dort uns stehlen, so dass der Junge ist, den schaubst du stehlen, so dass der Satan uns stehlen. Und das wie Jesus sagt, ja, schaumt. Dann schaumt er auf diese Iden ab, und dann hat er von uns gestorben, und hat sein Leben für uns, und hat betohlt von uns, dort erst, was Jesus für uns betohlt. Und wenn man dort annehmen, dann sagt man, Jesus in der Kange hat er uns mehr an, und er hat uns nicht mehr an, wenn wir das annehmen. Und dort kann Jona nicht sehr verstehen. Er sieht, wenn Jesus dort so schlecht geht, wenn wir verloren sind, und ich denke, wenn mein Schöpf verloren wird, ich will immer Jesus gehorchen, wenn es dort so schlecht geht, wenn was verloren ist. Und so ist dort, Jesus hier dort so schlecht, wenn wir verloren sind. So du weißt, weil wir immer tun denken, und weil wir so leben, dort wie wollen, du hinkommst, wo Jesus will haben, dort wo er steht, was er hat Freude gemerkt für uns. Du, weil wir haben, und dann, wo er die Antwort an uns dort so scheuen, und dann, wo wir sehr glücklich sind. Und so glücklich ist, dass Jona wir, und bloß noch viel mehr, wenn es da so wie du, wo Jesus auch Freude gemerkt hat für uns. Und er war schrecklich. Und dann, wo er heute leerst SYSTEM ist. Vielen Dank.